So, da baut die schon mal auf. Find ein paar neue Bäume, wie sieht es bei meinen Brauereien aus? Und die sollten mal wieder brauen. So, Betten sind auch fertig. Dann platziere ich die mal. Ja. Machen wir mal Pause dafür. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, vier, fünf. Eins, zwei, vier, fünf. Äh. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich wollte betten. Ich baue hier auch noch Tische. Behandlungstische. Und Chests. Und Chests. Also ja, platzieren wir jetzt erstmal die Betten. So, im oberen Teil immer so zwei. So, das ist dann der Ruhebereich für die Zwerge. Und hier unten platzieren wir dann fünf Tische auf jeden Fall. auch so. Äh. Und ja. Äh. Und ja, äh. Sagen wir mal drei, äh, drei Koffer platzieren wir hier hinten so da gegenüber. Okay. Also plus Rock Table brauchen wir fünf und Rock Koffer brauchen wir drei. Dann schnappen wir uns die Zone mal. und nehmen unser Dock. So. Oh, er kann nur, wir können immer nur eine Sache zwar so, äh, Doktor. Das sollte schon eher hier sein. Wobei, wenn Doktor allgemein alles macht, hoffe ich jedenfalls mal. Wäre sehr praktisch. Weil wir haben ja einen Chief Medical Dwarf eingestellt. So. 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 Liegt unser... Nein, liegt nicht mehr hier rum. Okay. Okay, jetzt sehen wir auch langsam mal... Mhm, jetzt Immobilization. Okay, die wurden splittet, werden zum Glück ziemlich schnell hergestellt. Jetzt können wir schon mal die Wokkoffers platzieren. Okay. 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 Könnte ich hier draußen eine Intavern machen? Ja, dafür bräuchten wir Goblets und Instruments. Äh... Ne, ich möchte eigentlich, dass das meine Haupt-Meeting-Area ist. Äh... 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 Ja... Keine Migranten, das ist auch gut So, was sagt die Zone jetzt? Wir haben Tables, wir haben Chests Wir haben Red Cloth Buckets haben wir auch, wir haben keine Seife Ganz ehrlich, kann ich auch aus einem Dormitory? Hier könnte ich wahrscheinlich Dormitory, ja So Ist das hier jetzt Hoffentlich dann Also ja, ich mache noch ein paar Splints und Squatches Also fünf Quatsches Und Fünf Splints Dass wir mit denen wenigstens versorgt sind Äh, ne Das wollte ich nicht Nicht so Ich wollte schon Floor, aber ich wollte Select Material machen Und ich wollte Genau Schalt Blocks Fehlt uns Einer Äh Ah, wir sind noch nicht fertig mit Rock Blocks Äh Zwei waren noch, also machen wir mal zwölf So Gut Also wir haben unser Krankenhaus jetzt Und das nächste, was ich mal angeben möchte Aber dafür müssen wir tiefer Ins Erdreich Und hier haben wir das Problem Dass alles Damp ist Und hier haben wir das Also ja, erstmal kümmern wir uns um das Zimmer vom Captain of the Guard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, ja. Gut, wurden Quatsche sind complete. Unseren Verletzten geht es allen hoffentlich wieder gut. Ja, sieht jedenfalls danach aus. Trinken sieht zur Zeit auch recht gut aus wieder. Wir haben viele Seeds. Okay, Pigtail ist in Ordnung. Strawberry Seeds. Potato Seeds, Radice Seeds. Wir sehen nicht, ob wir die nicht alle mal verkaufen sollten. Na ja, was ich vorhabe, sollte auch hier gehen eigentlich. Weil wir haben ja das Glück, dass der Berg ziemlich steil ist. Hmm. Nochmal drei auf der Seite, nochmal drei auf der Seite. Okay, Walkblocks sind auch fertig. Das heißt, wir pausieren mal kurz. Oh, hier können wir das Zeug wegschaffen. Und können hier bitte die Wände glatt machen. Gut. Oh, ich habe sogar hier und hier drüben alles gesmooft. Hm. Na gut, dann smoothen wir mal auch hier. Die Dinger mal gleich mit. Und hier drüben. 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 Vielen Dank.